– Bist du ein Emo? – Ne machst du Video? – Klopapier – Bis gut, Ilse! – Emo! – Emo! – Pass mal auf, jetzt zeig ich dir meinen Arsch! – Kannst mal... – Hier! Die da, die Brotschiba-Knast? – Was passiert fast die Falsch-Aussagen? – Ehm, keine Ahnung! – Vielleicht Geldstrafe? Nein! Nein. Äh, äh, warte, Anzeige. Nein. Internetverbot. Ja. Nein. Knapp-Dool. Bis zu drei Monaten zur Gefängnisstrafe. Cool. Ich würde mein GB lesen. Mein GB, was hast du da reingeschwiegen? Sozusagen das ist frech. Vor allem Richter, du ich. Oh mein Gott. Das ist halt ein Emo. Handys, sie stinken. Geil. Herr Schönhof, können Sie sich bitte mal waschen? Ihr Geruch zerstört mein, äh, es ruiniert meine Nase. Ey, was ist denn der Typ-Batter-Richter? Nein. Irgendwie rüßig oder? Ja, Mann, ja, ehemalige Klasse wäre, wenn man kommt. Ja, mach's immer noch. Mach mal. Jetzt irgendwie rüßig oder so, ne? Erotig. Oh, ein Bus. Uuuh. Ab in die Ecke. Da, Tierarzt, da musst du hin. Los. Das war klingeln. Laufhals. Laufschlampe, lauf. Slow motion. Scheiße, die Lein hat nichts zu tun. Bitte, ein Emo läuft. Aber wie hat der gesagt, ihr fehlt der halbe Seitenscheitel. Ja. Ein halber Seitenscheitel, das ist auch schon direkt so unlogisch. Superintelligent, ein halber Seitenscheitel. Er kriegt die Hand nicht raus. Oh, ein Handy. Oh, noch ein Handy. So. Komm, wir tauschen, und mein, meins ging dann schwarz. Oh, mein Gott. Geil. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Finde ich gar nicht lustig. Ich so, das ist toll. Kannst du mal aufhören. Oh, mein Gott. Emo. Clubpapier. Oh, Mann. Sie ist dein Bruder so ähnlich. Finde ich. Hi. Verdammt. Was ist das für eine Fratze da vorne? Pink. Ach, du Scheiße, das ist ein Emo. Da, da ist ein Emo. Emo. Kann ich nicht. Wir sehen das Licht. Egal. Ein Emo. Arsch wie ein Brustlenker. Clubpapier. Lecker. Meine Haare. Du bist doch ekelhaft. Ein Emo. So, ich fühl mich jetzt unaufällig. Ja. So, meine Damen und Herren. Dort vorne steht ein Emo, denn ich bin keiner. Dir habe ich gesagt. Emos sehen aus wie Tannenbäume, ne? Ja, Tannenbäume. Das war gut. Also so behangen und so weiter. Hör mal auf! Boah, das hat noch reingesucht. Nein, doch nicht. Oh, ein Baum. Oh, eine Sapze. Nein, keine Sapze. Nein, ich nicht, sondern... Nein, ich bin natürlich... Das war gut. Ja, ich bin... Also... Also, da sah ich... Ich bin nicht, sondern ich bin nicht...